Ich würde sagen, gib ihm Junge, gib ihm! Was? Da habe ich definitiv nichts dagegen. Soll man da noch so alles? Ich probiere es trotzdem. Ich tue es trotzdem noch immer wieder. Geht da was? Geht da... Alter, dein scheiße Ernst! Nee, nee, du will nichts sein müssen, aber noch gut! Ja, von mir aus. Das wäre schon ein Arsch, wenn wir keine von den Konfetti-Dinger hätten. Ohne Spaß. Das wäre schon ein bisschen Arsch. Geht mal her. Wo kommen wir denn da raus? Und da wieder eine. Äh... Okay... Ich weiß jetzt nicht ganz, weil da geht es dann auch wieder. Weil die hintere könnte ja auch. Passt. Da wüsste ich jetzt nicht, ob das der richtige Weg ist, das der richtige... Ich geh jetzt auch... Ja, ich geh jetzt auch mal in den Weg entlang. Mach mal, mach mal das einmal so. Ich geh jetzt einfach mal in den Weg entlang. Da kann man eh sehen, ob es ein guter Weg ist oder nein. Mal schauen. Glitzerhammer! Ein stärkerer Hammer, oder was? Uuuuuh! Na Gott, das muss ich klar ausrüsten! Das muss ich klar ausrüsten! Ich mach da noch für alle Fälle... Ja, ich glaub dadurch, dass die so eine Sternerl haben, gehen die irgendwann einmal mehr. Hm... 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 Oh, Forest... Na, scheiße! Oh, hi! Hallöchen! Das sieht gut aus! Scharenschlacht! Okay! Immerhin! Mhm... 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 Okay, wieviel Chancen hab ich? Zwei? Zwei reichen. Ja... Ja, das... Das passt schon! Passt schon! Nice! Dann haben wir gleich mal drauf! Na, ideal! Hehehe! Warte, da muss ich jetzt... Da muss ich jetzt aber den Glitzerhammer mal ausprobieren! Mal schauen, wie der so drauf ist! Was der für Schaden machen kann! Zwanziger! Mhm... Mhm... Ein Zwanziger ist schon mal nicht schlecht! Ein Zwanziger ist definitiv nicht schlecht! Also, da kann man... Da kann man definitiv nix falsch machen! Ich hoffe, dass ich... Alles so neu machen kann! Nein! Da hat er halt wieder mal überlebt! Super! Wollen wir mal den Hammer mal wieder... Vielleicht haben wir da wenigstens ein Glück, dass da alle Maier gehen! Oder gehen wir wenigstens nur bei dem einen Maier! Oh, Gott sei Dank! Ja, vielleicht... Ja, vielleicht trifft er ihn halt! Oder er trifft erst recht! Das kann auch möglich sein! Ja, ob man den jetzt schaffen, das weiß ich ja gar nicht! Ja, aber wenn du... ...wenn du... ...wenn du einfach nicht richtig triffst... ...ist das falsch! Du musst halt immer anschauen, dass du immer wieder perfekt triffst! Was sonst kriest du mehr? Ja, bei dem... ...mh... ...bei dem wird's ein bissel arsch! Ich glaub, der is mehr so... ... Keepfällig! Da unten ist die Hurenskisten, Alter. Dann findest du wahrscheinlich... 26, Alter, wo ist er? Ich wüsste... Nein, ich sag... Ich wüsste, was ich dazu sag jetzt gerade. Oder denk, besser gesagt. Wo sind die anderen Sachen? Obwohl... Wenigstens 25... 26... Das geht eh da. Scharrenschlacht hört sich schon mal gut aus, dass das nicht dabei ist. Da kann ich wenigstens alle mehr machen. Müsst du mich vorstellen. Ich würde... Aber... Kann ich das so machen? Da zahlt sich das dann vielleicht sogar noch aus. Vielleicht... Wie war's denn? Vielleicht zahlt sich's aus. Ich probier's einmal. Haha. Vielleicht haben wir einen Klick. Wir machen alle richtig schöne Meier. Mal schauen. Ja, das war schon mal gut. Das war schon mal gut. Jetzt hätte ich gern... Okay, da hätte ich vielleicht noch einen Zug mehr gebraucht, damit der... Wenigstens einer der, was da drin ist. In dem Kugau. Im Panzer. Das da vielleicht irgendeiner dann noch... Irgendwie um andere Meier machen kann. Aber ich versteh nicht. Ich versteh das auch noch nicht. So ganz... Ah, okay. Ja, da müssen wir... Da müssen wir einfach geduldig sein. Und irgendwann einmal... Ja, ja, ja... Jetzt aber... Ja, ja, ja... Muss ich einfach noch warten, bis der dann wieder das nochmal macht. Passt. Muster haben wir schon herausgefunden. Perfekt. Ich geh noch mal jetzt. Im Ernst. Chill, Brüdi. Chill. So... Aber jetzt haben wir's. So. Oh. Wollt einmal nach hinterher hauen. Und wer weiß, was da wieder passiert. Dein Scheißernst. Dein Scheißernst. Dein Scheißernst. Da kann ich noch irgendwas machen. Aber da gibt's ein Tierl. Hast du's gesehen? Da gibt's ein Tierl. Wenn wir fix noch... Ah. Okay, jetzt gibt's noch das. Passt. Alles, was wir damals gefunden haben. Bist du teppert. Das Tierl. Das Tierl, was wir damals gesehen haben. Wo geht's denn da jetzt schon wieder hin? Da muss ich sogar noch speichern auch noch. Voilà. Immerhin. Aber trotzdem. Wo geht's da hin? Okay. Okay, ja. Wir... Wir müssen sich aber dann die Kugeln... Also, ich meine die Höhle dann noch weiter anschauen. Gell? Die Höhle müssen wir sich definitiv noch weiter anschauen. Oder gibt's noch so einiges? Also... Es könnte vielleicht sein, dass wir so Sachen... Wie zum Beispiel... Ähm... Na. Du musst das und das und das noch herausfinden. So ein bissl. So ein bissl. So ein bissl so... Rätselslösung. Uuuu. Ja. Dass ich das einmal geschafft hab. Ja. Uuuu. Ich weiß eh. Was für ein Wunder. Dass ich das geschafft hab. Uuuu. Ich glaub, ich weiß von... Einer Forst ein bissl auch. Oder? Auch von den Toten. Die glauben nicht an mir anscheinend. Obwohl wir schon so viele gerätet haben. Ist schon langsam. Das Stadion ist schon viel raus. Könnt schon ein bissl einmal Geld verlangen. Ist schon langsam. Langsam sollte ich Geld verlangen. Wow. Feuer. Ganz böse. Schnell langsam. Schnell langsam. Schnell langsam. Äh. Äh. Da kann ich kein Schnell langsam machen. Äh. Fünfzehn. Ich warte. Bist du teppern. Leg mich mal ein Schfünfzehn. Buh. Ich muss los. Buh. Ich muss los. Fünfzehn ist eine weichtige Nummer. Bist du teppern. Fünfzehn ist nicht schlecht. Obwohl ich das gerade einsammeln wollte. Ihr Wichser. So, jetzt. Lauf mit, lauf mit, lauf mit... No, 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 no... OIDA! Normalerweise, oida, wär's quick gewesen bis zum GED nicht mehr. Ich brauch' einen Bütz! Ah, da muss ich eine! Na warte, bitte sammeln noch schnell! Und dann wupfen wir da eine da. Also, dort wo die Lücke ist! Nicht die Lücke, ja, passt. Guck, eine da, eine da, eine da! Ja, NICE! Und wo muss ich da wieder raussehen? Ah, okay. Haben wir eh schon gedacht. Irgendwas stimmt da nicht. Lauf, Alter. Lauf, Bruder. Es wird nix. Alter, ich bleib hängen. Alter, ich bleib hängen. Gescheißen. Oh-oh. Oh-oh. Lauf, 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 lauf. Ähm, achso, da kann ich ihm das machen. Komm, komm, fettig. Neb. Hmm, bin ich froh, dass ich gespeichert hab. Oder auch nicht. Joa, letzter Speicherpunkt. Komm her, da. Ja, man hat nur da auch gehabt. Da tu ich das mal. Ja, besser. Machen wir es ja. Wot, 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 wot. Das tun wir jetzt sicher nicht noch mehr, ja? He, he, he. Äh, äh. Was, ne? Soll ich da nicht lieber aufpassen? Ah, da hätte ich rein müssen. Ha, ha. Hätte sein können, dass man halt überall rein kann. Naja, eigentlich, da tue ich das mal eh schon Papier sind. Oh, ja, oh, ja. Wie ich das gebrauchen kann. Ui, dann, geil. Aua. Oh, ja, da geht meiner ab. Oh, ja. Und wie wir da jetzt gerade an... Sein Scheiß ernst. Sonst... Sonst würde die ganze Zeit so... Ha, ich könnte ja runterfallen, ich könnte ja runterfallen. Und jetzt... Die Scheiße. Alter, ich würde mich fast verlieren. Unnötige Punkte, aber... Unnötige Punkte. Ah! Und der sollte man ja anscheinend nicht mal rein können, oder wie. Hm, ok. ich probier's doch ganz kurz komm ich dann auch wieder runter, ganz runter, passt, 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 dann ist mir's wurscht, dann mach ich alles. Glitzerstiefel, Eisen, ach du Kacke. Schauen wir jetzt mal, was wir da wieder alles haben. Hoppala, ich weiß nicht, ein Fledermal ist nicht super. Warte. Ah, warsch, irgendwie wollte ich so draufhauen, weißt du eh, was ich mein? Eu, eu. Ich glaub, ich muss trotzdem auf die draufhupfen, ich weiß ja nicht. Ich probier's, das interessiert mich jetzt aber sehr. Also, durch das die ja fliegen, ich glaub, das wird keinen großen Unterschied machen. Denk ich mal. Passt. Nice. Hauptsache, dass der Gegner dabei ist, na moin. Ich weiß nicht, ob die Eisenstiefel ersetzbar sind. Also, dass man die tauschen kann mit die anderen Stiefel oder ob die dann wieder so ein, naja, so Begrenzung haben. Ich nehm das mal schnell an, dass die wieder so eine Begrenzung haben werden. Servus. Ähm, ich glaub, du kannst noch ein bissl entfaltet, gebügelt, besser gebügelt, oder? Alles klar. Okay. Geht's nicht mehr weiter. Passt. Ja, ich frag jedes Mal. Ja. Bin typisch jetzt wie der Dreieck, was der und das Ganze. Da mehr. Hm, schaut schon wieder so danach aus. Ach so, blödsinn, Alter. Aber na gut. Ja, ist jetzt ja. Na genau, ich hab's nicht mehr lauf. Und dann, was ich glaub, du hast auch schon so, was ich glaub, was ist denn das nicht mehr Geisterte ist. Ich hab's nicht mehr gebeten. Ne, das ist ja immer was ich's. Kein Beispiel. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr genau zugegeben, aber nicht mehr auf die фильма. Ich hab's gar nicht mehr blödsinn. Es ist nie alles. Ich hab's nicht mehr immer mir. Ich hab's nicht mehr abgelöst. Ich hab's nicht mehr das Problem. Ich hab's nicht mehr Theater, was ich bin. Ich hab's nicht mehr als er so eine Pelekusschner hier. Ja, ich hab's schon hier – ich rein, und ich hab's nur ein landscapeuelt. Ja äh, das muss ich auch schon hinaus das kann jetzt interessant werden sollte jetzt wirklich machen wir für das erste street oder was springen wir einfach oben drauf ein paar meter sind ja eh nix haben wir aus papier aus wüsten passiert ich würde mal sagen da war die alte erde ich würde mal sagen der schritt jetzt definitiv ihr boss aus ach nee der ist ja auch gefaltet worden dass ich ist denn ein böse oh shit wieso kriegen wir keinen partner die tods wird auch ein bisschen angst haben ok das ist vielleicht einmal schon mal ein guter typ ach so ich fuhre mich ehrlich gesagt eher weniger als seine ganz eigenen regeln ach du scheiße also das ist mal definitiv kein problem Ja, dann muss man einfach nur zu diesem Punch eigentlich quasi so herumdrehen und das war's dann eh. Im Prinzip. Dann hast du mal wieder ein bisschen einen Schaden gemacht. Ich würde das ganze Innere nehmen, damit wir das drehen können. Ich glaube, das Aktionsfeld kann sich vielleicht sogar mitbewegen, oder? Obwohl, ja, das ist ja das Nächste. Das ist ja das. Also, warte, 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 warte. Oh. Oh, hoppala. Ja, passt. Ich muss den Scheißdruck wieder dran, sonst ist die Zeit wieder vorbei. Sonst haben wir richtig schön verkackt. So, einmal. So, und dann schnell das Innere. Komm, komm, Digi, komm. Ja, tu nicht so viel Lava, Alter. Wir kennen sich ja eh schon aus. Wir haben nur noch was anderes dabei da auch gehabt. Alter, jetzt tu mich da nicht so voll Lava. Ich bin... Alter, jetzt einmal die Gäste da. So, ba. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich würde sogar fast sagen, mit dem Hammer wäre es am gescheitesten, oder? Ich würde sogar sagen, mit dem Hammer wäre es am gescheitesten. So, dann gleich mal mit dem Glitzer Hammer, damit es richtig schön wehtut. Mmmmm. Hm, hm, hm. Ha, ha, ha. Äh, äh. Ja, ich merke es. Okay, passt. Ja, immerhin. Einmal abwerten, immerhin. Ja, also Heilung. Mal zwei gibt es dann auch noch. Uiuiui. Brüdi, ich muss los. Da schauen wir, dass wir da irgendwie auf dem Bein da... Ja, schauen wir halt, dass wir zu dem Bein halt kommen. Ja, wisst, wisst. Hm, warte, machen wir mal in den äußeren Ring. Hm. Achso, ja, voll. Ich habe nur ein paar Züge, scheiße. Aber ich bin dort. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und er hat den E千, was die Lumin mit PWM kommt, wo der Lilla, in, was das noch gemacht Makes Dad ... Och dell형 Rats. Und er hat den ama, oder? Ja. Und er hat den E bein allein. Oder verband se nem mal.